Die Fernbahncard 25 Kostet nur 19 Euro und gilt bis Ende Juni. Und wenn die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft toll spielt, dann wird sie verlängert und verlängert und verlängert bis zum Jahresende. Die Fernbahncard 25 kostet nur 19 Euro und für jeden Sieg unserer Jungs gibt es einen Monat Verlängerung. Die Bahn macht mobil.